hallo leute willkommen zurück zu ja genau willkommen zurück zu wir wollen damit weiter loslegen mit eine neue eine neue lektion und das heißt rundflug ist ein generell lustiges spiel also da kann man sehr viel machen ja so das tutorial ok bewege sie um deine maschine zu steuern ja kippe nach rechts und nach links oder um das flugzeug zu steuern ok er wird es jetzt losgehen ja die fallen ja schon automatisch an ey ok ich hoffe das ist kinderbruchlandung da sieht man so n dingsbums es gibt circa 80 von diesen teilen ein bisschen erinnert mich wie das ein bisschen aktuell spendig gut also den dritten teil ich habe gerade im lp von fritzes 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 Naja... Trotzdem kann man hier auch mächtig failen. Soll es sogar Typen und Höhen geben? Äh, ja... Windpark... Geil! Hier wird der Strom für die ganze Insel erst zurecht. Boah, doch ein Atomkraftwerk hier, Mr. Burns! Boah, doch ein Atomkraftwerk! Alter, so kann man Wasser, ey! Da, jö, jö! Oh, nach oben! Jö, jö... Jut, weiter gucken wir uns mal wieder mal um. Ich weiß, am ersten Versuch kann man die Meisen einkassieren. Aber die Meisen sind ja auch ein wenig schwer. Das zum Beispiel, das Ding Spinks. Geil. Das ist jetzt noch kein Fail, Leute. Das ist eine richtig fantastische Idee. Stell mal vor, man könnte sich ja so umgucken wie im Jump'n'Roll, ey. Das wäre eh besser. Der Golfplatz, der Tennisplatz, der ist ein bisschen schwerer. Wenn man da ganz langsam dran geht, schafft man das ja auch. Geile Sache. So, fliegen wir nach unten. Das habe ich früher an meinem Kindesalter so oft gezockt. Ja, Kind war ich da nicht mehr, aber juhu, aber Teenager, ja. Oh, das kann schwer werden. Jetzt hier mal durchlanden. Alter geil, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Er war ja nicht schlecht, ey. Wir müssen uns aufsparen, weil da schaffen wir es erstmal nicht hin. Wir haben auch irgendwas mehr auch können im LP. Ja. 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 Joa. Ich hab die guten Aussicht. Je, 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 je. Ja. es ist nicht alles hier war jetzt hier ja auch dran vorbei man eigentlich im bändemanöver machen alle das hier ja doch schon wieder dran vorbei nehmen wir erst mal den luftschutz hier vor also viel zeit haben wir jetzt ja nicht mehr die leute stehen hat er das wird kommen aber ich habe mir schon wieder vorbei die zeit schade was er erreicht haben sind wir ja immer durch die insel geflogen perfekt sehr schön und wir fliegen noch einmal weil das ja so lustig war auf geht's weiter zu weiteren abenteuern mit irgendwelchen zoller des player das ist doch schon wunderbar wird auch ein recht gutes projekt werden aber verschiedenen skins durchführen ja das ding wird automatisch hinkommen haben gewusst dass das ding sich bewegen tut woanders sind begeben die wohligen waren es ist der baseballplatz hier in den baskeball ganz hart dran vorbei das kann ja nicht schneller werden mit dem weg auch schon nach vorne das ding ist einfach so schnell ja nicht was bieter da ist ja nicht vor klein krieg ich die uri obwohl soll es sagen bin ich ohne ich mir irgendwann mal das anwenden aber bisher nicht wollen als sonne sie uns brot steht es eigentlich bloß ein virtuelles spiel ja einigen größe er wird schwer werden würde wenig hat das hier ist ein ausrufbezeichen doch da ist es Alter, wäre er knapp eh. Sonst wird er mal umgucken. Okay. Jetzt auch noch mal ein Ding. Mysteriöse Ruinen. Yay. Jetzt noch mal nicht so viel erreicht, aber okay. Jetzt auch noch was. Yay. Ich sehe nicht, wie man Gas geben kann. Das weiß ich leider nicht so genau. Bis jetzt habe ich gestorben und gute Griffe. Ja. Alter, der wäre echt knapp eh. Also der war schon etwas hart vor. Ja. Ja. So, noch mal ein Ausrufezeichen. Hier ist jetzt so hängen. Die größte Insel da drüben ist besser. Hängen sie mal hin. Ja. Ja. So, noch so ein Teil. Ja, jetzt geht's. Doch. Komm. Yay. Ich schaue, dass ich mich jetzt wieder nicht auf 10 Minuten verlängern kann. Das wäre echt geil gewesen, ja. Ja. Du kannst jetzt die Ballonreakt spielen. Okay. Das ist doch perfekt. Gut. Alter, 15 von 80 haben wir schon. Ne, Move frei entscheiden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich weigere mich. Hahaha. Ich weigere mich. Na klar, doch. So. Ist der Ernst, müssen wir noch Ballons abschießen? So, dass sie jetzt eine eigene Version wären mit so einem Schießding jetzt? Spiel doch gegen GTA, alter. Ja, wir spielen GTA wie jung. Alter, die Spawne mal nach. Wie eklig. Meine, wie episch. Nach Spawne Ballons. Wie geht denn sowas? Das ist ja mal voll Epic-Fail, ey. Ja. Hoch. Yay. Ja, viel Pilze, ey. Mua. Pilz Ballons. Ich habe ja da Pilze geschrottet, ich habe, ich habe ja da Pilze geschrottet, ich habe. Alter, ein Versteck. Oh. Oh. Der war knapp, ey. Die Würfe von der Puttenzeichen. So mag ich das. Und mal, noch mal Pilze. Ihr freies, im Ballon, seid ihr, sieht aus wie weiße Pilze, ey. Uah. Hochlandung. Moment. Alter. Ich würde da nur das hässliche Teil haben, ey. Ja. Oh. Jetzt haben wir es schon. Wo ist denn jetzt in der Dingsbums? Oh, scheiße, fing mal weiter. Hier ist auch noch was. Okay. Wir sind, wie sind die da hochgekommen, ey. Ja, mal wissen, was hier drin ist. Ja, das ist der Fall. Ja, der kam nicht gut. So, mit anderen Aussagen gehen wir da draußen. Ja, ich bin schon wieder vergehen. Okay. Wo waren wir denn nun nicht? Ja. 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 Wo ist eigentlich die Golfinsel? Das würde ich ja gerne mal wissen, ja. Wo ist eigentlich die Golfinsel? Da ist ja der Meereshöheneingang. Ich erwachse und hab mich da in 1 übergeben. Mach bloß nix weiß, Spiderkill. Neu mach ich nicht. Da ist ja nicht so viele Proven hier jedem. Noch ein bisschen Wasser. Na also, warum nicht gleich so? Ja. Geil. Vor allem Wasser aufgestoßen. Alter Scheiße. Ja. Also der war jetzt richtig crazy. Denn das Wasser fängt uns auf, Alter. Moment. Ja. Ja. So, ich hab das noch was zu sammeln. Das hab ich schon. Das haben wir jetzt schon hier. Das haben wir. Das Schloss haben wir auch. mit einem Punkt. Na ja. Ich hab ja los, ich hab ja los gemacht. Oh na ja. müssen wir warten bis wir genau da sind wie man so woanders hin ist ja geil so unendlich leichter dass man da so gesagt ja nicht abhacken kann alle autos fahren auf der insel für frische luft elektronisch naja so klein ist die insel ja auch nicht ja so klein ich meine so groß ist die ja auch nicht ist ja nicht so groß wie kanada oder usa aber nicht dass man da noch gerade sprit braucht nein ich würde nur in den fucking tunnel rein jetzt aber kann man ziemlich hochgelandet d 3 für die ein sehr gut der abendet sich jetzt auch um die abendet abendet als er noch ein gegner Nein, du Aufzeit, Spüßezeit. Hör auf damit! Na ja, okay. Gut, Leute, wie es weitergeht, dann im nächsten Part. Bis dann!